Um Mitternacht musst du ein Spiel spielen. Wieso? Das tun wir immer, wenn jemand Neues in die Familie kommt. Echt, ja? Welches Spiel? Verstecken, ist das euer Ernst? Das spielen wir? Herzlich willkommen zum Fantasy Fist Fest und herzlich willkommen zu Ready or Not. Schwarzer Humor. Blutig, witzig, überraschend, einfach super herzhaft zum Lachen. Fantastisch. Ich komme selten aus dem Kino und muss grinsen, weil der Film so gut war. Ich weiß, dass du hier steckst. Ich hab's geschafft! Du hast das Dienstmädchen erschossen. Sieht sie aus wie jemand in einem weißen Hochzeitskleid, Emily? Sensationell. Es war sehr lustig, sehr spannend, sehr splatterig mit einer genialen Hauptdarstellerin. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hatte echt Spaß. War richtig toll. Geile Splatter-Action, richtig schön. Ja, es war ein wunderbarer Film und es waren einige unerwartete Wendungen drin. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Sowohl wie es gemacht ist, als auch die Idee, die ganze Geschichte. Du wolltest mich heiraten. Jetzt bin ich schon! Ist das ein scheiß Ernst? Ready or not Demnächst nur im Kino